Die Forderung von dergleichen Erklärungen sowie die Befriedigung derselben scheinen vielleicht das Wesentliche zu betreiben. Worin könnte mehr das Innere einer philosophischen Schrift ausgesprochen sein, als in den Zwecken und Resultaten derselben, und wodurch diese bestimmter erkannt werden als durch ihre Verschiedenheit von dem, was das Zeitalter sonst in derselben Sphäre hervorbringt? Wenn aber ein solches Tun für mehr als für den Anfang des Erkennens, wenn es für das wirkliche Erkennen gelten soll, ist es in der Tat zu den Erfindungen zu rechnen, die Sache selbst zu umgehen und dieses beides zu verbinden, den Anschein des Ernstes und Bemühens um sie und die wirkliche Ersparung desselben. Denn die Sache ist nicht in ihren Zwecke erschöpft, sondern in ihren Ausführungen. Noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es ist zusammen mit seinem Werden. Der Zweck für sich ist das Unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seiner Wirklichkeit noch entbehrt, und das nackte Resultat ist der Leichnam, der sie hinter sich gelassen. Ebenso ist die Verschiedenheit vielmehr die Grenze der Sache. Sie ist da, wo die Sache aufhört, oder sie ist das, was diese nicht ist. Solche Bemühungen mit dem Zwecke oder den Resultaten, sowie mit den Verschiedenheiten und Beurteilungen des einen und des anderen, sind daher eine leichtere Arbeit, als sie vielleicht scheinen. Denn statt mit der Sache sich zu befassen, ist solches Tun immer über sie hinaus. Statt in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen, greift solches Wissen immer nach einem anderen und bleibt vielmehr bei sich selbst, als dass es bei der Sache ist und sich ihr hingibt. Das Leichteste ist, was Gehalt und Gediegenheit hat, zu beurteilen, schwerer, es zu fassen, das Schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen. Der Anfang der Bildung und das Herausarbeiten aus der Unmittelbarkeit des substanziellen Lebens wird immer damit gemacht werden müssen, Kenntnisse allgemeiner Grundsätze und Gesichtspunkte zu erwerben, sich nur erst zu dem Gedanken der Sache überhaupt heraufzuarbeiten, nicht weniger sie mit Gründen zu unterstützen oder zu widerlegen, die konkrete und reiche Fülle nach Bestimmtheiten aufzufassen und ordentlichen Bescheid und ernsthaftes Urteil über sie zu erteilen zu wissen. Dieser Anfang der Bildung wird aber zunächst dem Ernste des erfüllten Lebens Platz machen, der in die Erfahrung der Sache selbst hineinführt. Und wenn auch dies noch hinzukommt, dass der Ernst des Begriffs in ihre Tiefe steigt, so wird eine solche Kenntnis und Beurteilung in der Konversation ihre schickliche Stelle behalten. Ja, wir hatten ja schon in meinem vorherigen Video gesehen, dass Hegel nicht glaubt, darin die Wissenschaft zu erkennen, dass man den Zweck einer wissenschaftlichen Untersuchung angibt oder dem Resultat. Das Resultat ist vielleicht interessanter, weil man vielleicht intuitiv meinen könnte, dass halt eben im Resultat einer wissenschaftlichen Untersuchung ja doch irgendwie das Wesen der Wissenschaft angetroffen ist. Also das sind sozusagen so die Fakten, die die Wissenschaft produziert. Und warum sollte man das nicht als Wissenschaft nennen? Und ja, die Gründe, die Hegel für seinen Zweifel nennt, liegen groben darin, dass halt die Angabe des Zwecks und des Resultates erstmal nur Teile der Wissenschaft sind. Der Zweck, wie schon Hegel sagt, ist das Unlebendige Allgemeine. Damit meint er, dass wenn wir ja den Zweck einer Wissenschaft angeben, dann haben wir ja eigentlich eben, was auch schon ich im vorherigen Video erzählt habe, noch nichts Substantielles über die Wissenschaft erfahren. Eben, die Biologie definiert als die Wissenschaft des Lebens, sagt noch nichts darüber aus, welche Objekte sich in ihr befinden. Und ja, genauso kritisierte er die Angabe der Tendenz. Das ist auch nur ein Teil der Wissenschaft. Er beschreibt es als das bloße Treiben. Also das halt noch nicht genau besagt. Ja, ich würde auch wiederum sagen, was eigentlich inhaltlich darin geschieht. Also er sagt auch, dass noch keine Wirklichkeit hat. Also das eigentlich noch gar nicht versucht, die Wirklichkeit einzugehen, sondern eben nur abstrakt beschreibt, was aber nicht greifbar in der Wirklichkeit zu sehen ist. Und ja, das wissenschaftliche Resultat ist der Leichnam der Wissenschaft. Und insofern ist es natürlich der Leichnam der Wissenschaft, dass natürlich die Wissenschaft weiterhin besteht. Selbst wenn eine wissenschaftliche Untersuchung zu ihrem Ende gelangt ist, dann hat sie zwar neue Fakten generiert, aber sie ist selbst nicht Wissenschaft. Also das Resultat. Dann sagt er halt, dass wenn man die Verschiedenheit der Wissenschaften von anderen angibt, dann hat man auch noch nicht Wissenschaft betrieben, sondern man hat auch wiederum nur einen Teil davon benannt. Und das ist quasi die Abgrenzung von dem eigenen Bereich. Und Hegel meint, dass eigentlich solche Arbeiten, also über die Angabe des Zwecks, über die Tendenz, über die Resultate und so weiter, sind alles keine substanziellen Arbeiten der eigentlichen Wissenschaft, sondern sind eigentlich nur so grobe Charakterisierungen dessen, wie man es quasi gerade erfasst. Aber Wissenschaft liegt ja darin, dass man konkret Wissen erarbeitet, also in der konkreten Beobachtung, in der konkreten Durchführung des Experimentes und so weiter und so fort. Und ja, daher ist es relativ einfach, einfach nur zu erfassen, womit sich quasi oder was die Wissenschaft so im Allgemeinen oder wie Wissenschaft sich allgemein erfasst oder eben anzugeben, was oder eben das wissenschaftliche Tun. Das wissenschaftliche Tun ist natürlich schwieriger. Man muss Beobachtungen machen, man muss systematisieren, man muss die Experimente designen und so weiter und so fort. Und am Ende des ersten vorgelesenen Abschnitts sagt er eben, dass das bloße Erfassen der Wissenschaft einfach ist, dass Wissenschaftsbetreiben schon schwieriger ist und beides zu vereinen eigentlich das Schwierige ist. Und er nennt das, seine Darstellung hervorzubringen, also quasi zu zeigen, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert. Weil, also jetzt gerade beschreibe ich ja, wie Wissenschaft so ganz grob funktioniert, aber ohne quasi den substanziellen Aspekt dahinter. Also eigentlich können da nur zum Beispiel wirkliche Biologen sich jetzt da zum Beispiel, wenn es um Biologie geht und um eine biologische Untersuchung, was das genau bedeutet. Wenn zum Beispiel Biologe einen Vortrag hält, dann präsentiert er einerseits, was er gemacht hat und andererseits eben, zu welchem Zweck das gemacht worden ist. Und natürlich ist beides total relevant, weil würde der Vortrag nur quasi angehen, worauf es hinausgeführt ist, also zu den Resultaten, dann könnten die anderen Biologen gar nicht verstehen, wie er zu diesen Resultaten gekommen ist. Also sozusagen, die wüssten gar nicht, ob sie ihm glauben können, dass das, was er gerade präsentiert, wirklich Wissen ist. Und andererseits, wenn der Biologe nur quasi beschreiben würde, was er gerade getan hat, und ja, er hätte jetzt quasi nicht es irgendwie in einer Form gebracht durch die Zweckangabe oder die Angabe des Resultats, dann wäre es halt auch verwirrend, würde ich mal sagen, weil dann wüssten halt die Biologen eigentlich nicht, wofür die Untersuchung eigentlich da ist. Ja, und der zweite Abschnitt beschreibt eigentlich, meiner Meinung nach eigentlich, wie normalerweise Wissenschaft getan wird, also eigentlich ganz normal, also dass wir zuerst uns von dem Leben konfrontieren lassen, also und der Sache, die uns interessiert, sozusagen auch konfrontieren lassen. Also wenn ich mich mit Tigern beschäftigen möchte, dann muss ich zuerst mal mit, ja, in einer Umgebung leben, wo es Tiger gibt und eben mit ihnen interagieren. Also ich brauche irgendwie sozusagen Material, das ich überhaupt erst mal verarbeiten kann. Und hat man diese Erfahrung gemacht, hat man einen gewissen Kenntnisschatz sozusagen, dann beginnt eigentlich das, was man dann nachher tut, eben das, wenn, also, nein, also, stopp. Also er beschreibt die Wissenschaft eigentlich jetzt zum Vorgang, der erst damit beginnt, grundlegend einfach Erfahrungen mit der Sache, mit der man sich beschäftigt, zu sammeln. Und zuerst macht man halt diese Lebenserfahrungen und wenn man dann beschließt, diese Lebenserfahrungen, die man gemacht hat, in irgendeinem Bereich zu untersuchen, dann beginnt man sozusagen die wissenschaftliche Arbeit und es sozusagen in Begriffe zu formen, würde ich jetzt so mal so grob sagen. Also man versucht sich, man versucht halt die Wahrheit der Sache herauszufinden, indem man erst mal ganz allgemein beginnt, indem man sich dann beschäftigt, was es für allgemeine Meinungen über den Wissensbereich gibt und natürlich versucht diese Meinung zu stützen oder zu widerlegen und ja, dass diese Ausarbeitung dann zusammen mit der Lebenserfahrung zu das führt, was eigentlich Wissenschaft ist. Und dann, wenn man es so präsentiert hat, also eben im Wissen, also im konkreten Erfahrungsschatz plus mit der richtigen Formierung dieses Erfahrungsschatzes, also in einer adäquaten Formulierung von Zwecken und Resultaten, dann betreibt man Wissenschaft. Insofern redet hier Hegel auch noch gar nicht hier von modernem oder von einem Wissenschaftsverständnis, was man vielleicht eher haben könnte. Damit meine ich sowas wie, was ich hier schon eigentlich implizit hereingelegt habe, wie zum Beispiel Experimente, Vorhersagen oder Simulationen oder was man auch noch sich denken kann, was zur wissenschaftlichen Praxis beigehört, sondern er beschäftigt sich eigentlich tatsächlich erstmal mit der, wie soll ich sagen, mit der begrifflichen Erfassung dessen, was man gerade vom Leben aufgenommen hat. Also es ist eigentlich mehr eine begriffliche Arbeit. Der Begriff wird auch noch an späterer Stelle bei Hegel besonders wichtig werden.